Wenn ich durch den Checkpoint fahre. Need for Speed, nicht Need for Speed 2, den Teil davor, wo man nicht mal frei durch die Stadt fahren konnte, sondern wo man noch immer so quasi gebunden war, wo man nur immer Renns fahren konnte. Also quasi als erstes Need for Speed und das für Gamecube damals. Ja, ich bin kein Playstation Zocker. Also früher war es ja mal Playstation oder Nintendo. Da war ich der Nintendo Fanboy und das hat sich bislang noch nicht geändert. Ich habe immer auch lieber eine Nintendo hier als Nintendo.